hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu we happy few beim letzten mal sind wir durch die stadt so ein bisschen wurden verprügelt haben zurückgeprügelt ich würde gerne mal gucken was wir noch craften können das ist auf jeden fall so ich habe schon geschlafen übrigens ich habe aber hunger und hunger ist ein problem also das ist wirklich ein problem wir müssen sachen finden wo es essen können save was an kriegen auch die sachen erklärt encounter also encounter sind auf jeden fall gegner wir schauen mal was wir noch kraften können jimpa ist ja das brecheisen haben wir gar nicht mehr hat die 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 eisen verbrauchten sich sagen dann machen wir doch gerade noch mal einen kraft was ist denn ein enhanced rock its sharpened rock will love it further and harder also wir können damit wahrscheinlich leute besser verletzen eine bandage so mehr können wir auch noch gar nicht oder first aid kit basic sachen ah ok verstehe ich hätte gern hier so ein double nogger what i need for the double nogger ein branch ein ast ein bisschen duct tape und stein müssen was essen verdammte axt was habe ich denn dabei ich erziehe mir jetzt nicht rotten mushroom hunger es geht doch wieder schief ich weiß doch jetzt schon rotten potato gibt es in diesem spiel eigentlich nur verschimmelten ranziges fleisch ja ja deine eltern was mache ich denn jetzt rubber duck eine gummi ente fress ich doch nicht geht nicht metal bits filter water können wir oben trinken brauchen wir nicht und die healing barren ist auch gut ich hau mir jetzt denn ich hau mir jetzt das fleisch rein und das auch irgendwie jetzt haben wir es ausgetauscht jaja ich ziehe mir das jetzt mal rein oh gott das ist rot und kotzend das ist gar nicht gut warum gibt es hier nichts zu essen ich wusste es was passiert jetzt auf jeden fall geht es mir nicht gut gut wir gehen mal raus wenn ich jetzt sterben sollte können wir zumindest die umgebung irgendwie ist da bitte wir trinken mal schnell was guck mal wenn ich ganz viel trinke guck ich es aus ne es geht auch so schnell runter ich dachte jetzt gerade diese vergiftung geht schneller runter wenn ich was trinke muss man auf toilette und dringend was zu essen und wir brauchen was zu essen was nicht habe ich jetzt oder bleibe ich jetzt woher was kochen mit dem ranzfleisch können wir auch mal probieren gab es hier so mir geht es gut ich habe mal kurz hingehen you feel thirsty okay ich habe mal kurz hingespuckt spucke ich das jetzt nochmal aus kotze ich mir jetzt in die bude gott ich glaube wir bleiben mal oben wo wir die ganze zeit auf die fliesen brechen bleib mal hier stehen und kotze mir irgendwie in vorgarten oder in die pfütze komm komm spai nochmal mir geht es nicht gut Oh, oh, oh! Ich muss... Jetzt habe ich richtig Hunger. Oh, Mann, was mache ich denn jetzt? Potato! Die kann nicht. Die kann nicht essen! Schnell! Esse! Never keine Kartoffe... Hatte doch mehr als... Eine... Nein! Okay, wir gehen nochmal schnell runter Ich gucke jetzt mal, ob wir da... Boah, das war knapp Übrigens, wer sich wundert, dass es ruckelt Ich muss unbedingt mal eine Screenshot-Taste woanders hinlegen Das ist echt blöd bei dem Spiel Ich habe nämlich eine Screenshot gemacht, wie er spuckt Damit wir einen schönen Screenshot haben Wo ist denn eine Feuerstelle gewesen? Also hier geht es wieder raus, ist klar Ist hier noch was? Nope Was war denn das? Interessant, okay Okay, das ist kaputt Die Dame können wir immer Mrs. Stroke können wir immer noch nicht entsorgen Ach, schade Ne, also wahrscheinlich da oben eine Feuerstelle Ich könnte Beeren sammeln Das könnte möglich sein Ich hätte gerne Okay Ich kann Blumenblätter sammeln Okay Wir suchen am besten nochmal die Stadt, würde ich sagen Und wir gehen auch mal jetzt in eine Richtung Wir gehen nämlich genau mal in die andere Richtung Nach Norden, weil hier waren wir noch nicht Wir brauchen dringend was anständiges Okay Die mag wohl nicht reden Sie mag nicht reden Okay Okay, dann geht es echt nicht gut Ich auch Ich auch No girls allowed Special operations Können wir die Leiter dahin stellen? Ich hatte gehofft da rüber springen zu können Oh, geht Well Nothing lasts forever Does it? Welcome to the special operations executive You're the new agent, aren't you? Alfie, what's his name? Great Here are the other agents This is Charlie Croker Jack Carter Gonville Bromhead Joe Bandeleur And Nigel Powers But we're missing Peachy Peachy Carnahan He's been kidnapped And you have to rescue him Alright Brilliant Here's everything you need to rescue Peachy Ja Wir sollen Peachy retten Ratten Was hat er mir jetzt gegeben? Talk, talk, talk Okay, wir sollen Peachy retten Oh Gott, was ins Spiel Hm Wo sind wir? Da sind wir Wir gucken mal, ob die irgendwie die Begrenzung ist Geh weg Geh weg Nein Nein, sind wir nicht Geh weg Schön Wir müssen auch demnächst pennen Ich kann nicht in fremden Häusern pennen Das Thema hat man schon mal Das finden die Bewohner jetzt nicht so geil Ich kann auch nicht in dieses Haus rein Das ist ja wie in DayZ Okay I don't believe we've had the pleasure I don't believe we've had the pleasure Mom, Dad I don't know you Ja, ja, die sind aber auch alle sehr, äh, freundlich. Ja, jetzt fängt er mir gleich ein. Okay, wir gucken nochmal. Wir müssen auch noch irgendwas durchzoomen können hier. Das kann nicht. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich auf so einen, so einen... Ja. Wir brauchen dringend was zu essen. Stove. Vielleicht kann ich an den Öfen was, ähm... Der ist ein bisschen kaputt. Kann ich hier irgendwie an der Seite rüber? Oh! Shit! Fast. Hat fast funktioniert. Oh Gott. Duct tape. Schreddern. Guten Tag. Bei dir schlafe ich sicher nicht, weil... Dann werde ich danach wieder ver... Hügel. Warum immer nur ranziges Fleisch? Haben die nicht mal was anständiges zu essen dabei? Hm, dauernd... Ja, ja, ja. So. Wir haben tierisch Hunger. Das ist echt ein Problem. Ich würde auch gerne mal wissen, ähm, wie man sonst an Essen kommt in diesem Spiel hier. Da vorne leuchtet. Oh, but there's a big one. You don't belong here. You're crowding me. You don't belong here. Nein! Ich wohne hier nicht. Oh. Tin Can Alarm. Fuck off. Shit. Ähm. So. Ähm, zack. Und... Warning. Toxic Spock... What? Okay. Ich renne wieder zurück. Achso, danger. Okay, wir müssen... Ich glaube hier rechts rum, ne? Ja. Ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause. Und nach links. Und ich muss nach Hause. Ich muss nach Hause. Und gleich die nächste links. Ah, sehr schön. Guten Abend. Gute Nacht. Wir müssen was trinken. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ähm. Was haben wir denn erbeutet eben unserem Ninja Loot? Gute Nacht. Gute Nacht. Ah. Rotten Apple. Na, wunderbar. Filter Water. Rotten Carrot. Rotten, rotten, rotten. Oh. Rotten. Power Cell. Oh, wir haben ne... Oh, wir haben ne Power Cell. Ne, empty. Fuck. Schade. Ah, das ist hier die Pilzen gegen Gift. Rotten, 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 rotten. Light Bulb. Hm. Das einzige, was wir, glaube ich, kriegen... Das gibt's doch nicht, oder? Ich schicke dann lieber hier den... Healing Balm. Bandage. Sneaker. Da bräuchte man mehr Cloth. Suit. Krass. Aber Essen ist hier nicht, ne? Das einzige, was wir haben zu essen, ist wirklich hier diese... Trauben. Current. Was ist Current? Hm. What the meaning of blue current? In German? This would be so much easier after a little rest, wouldn't it? Yeah, 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 I know. Ähm, wir müssen jetzt essen. Warte, Moment. Ähm, da. F. Okay, wir müssen pennen. Bringt nix. Sleep. The poor man's dinner. Okay. Wir haben Hunger. Ach, Mist. Ah, shit. Ich hab doch von hinten was Verfaultes gegessen. Das war dieses... Kann ich das nicht irgendwie... Oh, man. Glass Bottle. Damage. Das ist ne Waffe. Jimbar. Wir bräuchten irgendwas, womit wir diese Power-Cell da aufladen können. Hm. Empty Pill Bottle. Okay. Rotten Apple. Ich probier jetzt nochmal so einen Apfel zu essen. Das ist einfach... Muss irgendwie was essen, aber... Aber das Verrottete hat mir, glaube ich, keine Energie zurückgegeben, ne? War das Problem. Das ist echt schwierig. Vielleicht sollte ich das doch nicht essen, das Zeug. Mist, wie kriegt man denn hier was zu essen in diesem Spiel? Das ist echt schwierig. Ah. Blue Current. Rose. Ah. Okay. Das ist mein Hatch, okay. Wozu brauche ich denn den roten... Ah, Blue Current. Okay, I see. Gibt es hier noch mehr von den Büschen? Wieder. Okay, warte mal. Das ziehe ich mir jetzt auf jeden Fall rein, weil mir geht es ja echt mies. Und da muss ich auch noch was trinken. Ich darf hier noch nicht weg. Äh, Inventar. 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 Äh, wo sind sie? Da. Das sieht doch gut aus. Wir brauchen noch mehr von diesen blauen... Trauben. Okay, wir trinken aber auf jeden Fall mal was. Guten Tag. Hab keinen Dosh mehr. Was ist denn das eigentlich, wo wir sind? Wellington Underground. Currents sind Johannesbären. Ah. Ah, guten Tag. Ich brauche noch mehr von diesen Johannesbären. Hm. Hm. Was ist das für ein Rohr? Empty. Hyde. Da kann man sich drin verstecken. So. Wir müssen... Wir gucken mal, wie weit wir hier... Ich habe auch wieder meine Taschen voll. Das ist, glaube ich, nicht ganz so geil. Was ist denn dieser Encounter? Also Encounter sind ja Gegner, ne? Ist klar. Warte mal, so sehen wir auch die Häuser. Wenn ich jetzt nach rechts gehe und dann wieder rechts, dann ist da dieses Haus... Okay, ich gucke nochmal, ob die neuen Stuff haben. Äh, die Kiste, da war ich nicht drin. I don't know you. Ja, ja. Äh, Kater. Nee, das ist das Ding, wo wir schon mal waren. Dann gehen wir hier einmal rechts in die Ecke und gucken in die Hütte nochmal rein. Nee, das Vergnügen hatten wir noch nicht. Okay, und dann die nächste links. Guten Tag. Back off. Ja, ja. Nee. Das hatte ich auch schon gelootet. Ich bin aber auch... ... ein kleiner Nimmer satt. Nee. Inventory voll. Ein ranziges Stu. Der ist deckt. Okay. Die fressen alles nur verfaulten... Die essen alle nur so verfaulten Kram. Vielleicht soll ich mir auch... Hab ich nicht so Pillen dabei? Dann geht's mir auch gut. Ich mach einfach mit bei dem Scheiß. Das ist hier der verwunschene Wald. Ich würde auch mal gerne wissen, ob diese Bären nachwachsen. Ja. Das war hier die Aufgabe. Ich soll diese Puppe finden. Ich hatte ja gehofft, dass es hier irgendwo noch so ein paar Büsche gibt, die man essen kann. Also nicht die Büsche, sondern die Bären, die an den Büschen wachsen natürlich. Ah. Sehr nice. Stealthy Harvest Mushrooms. Oh, hier ein Baum, oder was? Happy Hope, Lucille, Rupert, Thomas, Ella, Harry und Willow. Ich seh. Mhm, 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 mhm. Ich kenn noch ein bisschen was von diesen... ...diesen Blaubeeren. Weißt du was? Ich geh jetzt doch nochmal da oben hin. Und schau mal, ob ich da das Haus doch mal looten kann. Mächt' ich auch nicht. Das Spiel ist übrigens im Early Access. Das mal an dieser Stelle als Hinweis. Das Spiel entwickelt sich noch in der Laufe der Zeit. Ja, hallo. Fuck off, ja, ja. Mag dich auch. Fuck off heißt sowas wie Welcome, glaub ich. Ah, warte mal. Das war die Jump Run Einlage. Das hab ich auch schon gelootet. Empty, empty, nee, empty, empty, empty. Okay, raus hier. Bevor wir da verprügelt werden, ist ja auch irgendwie doof. Ich weiß noch nicht, wozu ich die roten Blätter brauche, aber ich sammle sie einfach mal alle ein. Tja. Ihr Lieben. Ich stelle mich mal mit einem schönen Blick über die Stadt, stelle ich mich mal hin. Denn wir sind am Ende einer Folge. Wir brauchen was zu essen. Das brauchen wir ganz dringend. Das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder von We Happy Few, wenn wir mit Brunella Oldfield sprechen, die besonders hübsch aussieht. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.